Herzlich Willkommen! Ich zeige euch heute, wie ihr bei Bet365 schnell und unkompliziert ein eigenes Konto anlegt und eine erste Wette platziert. Auf die Startseite von Bet365 gelangt ihr am besten über eines der beiden Vergleichsportale, fußballwetten.info oder sportwettenanbieter.com. Wir starten hier auf der Homepage von Bet365 und um unser Konto anzulegen, klicken wir erst einmal auf Jetzt anmelden. In diesem Formular gebt ihr dann die üblichen Infos ein, wie den Vornamen, den Nachnamen, das Geburtsdatum, den Benutzernamen und so weiter. Schließt die Anmeldung ab mit dem Akzeptieren der AGB und klickt auf den Button Jetzt anmelden. Wir werden dann direkt auf diese Seite weitergeleitet, wo wir Geld auf unser Konto einzahlen können. Es stehen die üblichen Zahlungsdienstleister zur Verfügung und wir entscheiden uns jetzt einfach mal für PayPal, weil wir hier genauso wie bei Sofortüberweisungen den Vorteil haben, dass das Geld nämlich sofort auf dem Konto ist und wir sofort anfangen können zu spielen. Wir entscheiden uns dafür den Mindestbetrag von 15 Euro einzuzahlen, legen kein Einzahlungslimit fest und geben unser Passwort ein. Dann klicken wir einfach auf den Button Einzahlen. Ich habe jetzt die PayPal Daten erfolgreich eingegeben und man sieht hier oben rechts sofort den neuen Kontostand von 15 Euro. Konto ist erstellt, Geld ist eingezahlt, jetzt können wir unsere Wette setzen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten auf Bet365 eine Wette zu setzen. Eine davon ist über die Kategorieleiste hier auf der linken Seite. Wie ihr seht, sind zahlreiche Sportarten vertreten, wie zum Beispiel Basketball, Fußball oder auch Golf. Wir wollen jetzt aber erst einmal auf Fußball gehen und dann auf die Bundesliga. Hier werden jetzt alle Bundesligaspiele des nächsten Spieltages angezeigt. Wir suchen uns ein Spiel aus. Nehmen einfach mal das Spiel des SC Freiburg gegen die Eintracht Frankfurt. Hier sehen wir die Quote für einen Heimsieg des FC Freiburg, für einen Unentschieden und für einen Auswärtssieg der Eintracht. Wenn wir hier auf die Zahl klicken, werden uns außerdem zahlreiche Zusatzwerten angezeigt. Ich setze jetzt aber einfach mal auf einen Heimsieg des SC Freiburg. Unser Wettschein wird hier rechts angezeigt und wir können den Einsatz hier eingeben. Wir nehmen jetzt einfach mal einen Euro, klicken auf Wette abgeben und erhalten sofort unsere Bestätigung. Abgesehen von klassischen Sportwetten bietet Bet365 euch auch Live-Wetten, Finanzen, Casino und Pokerspiele sowie Spiele und die Möglichkeit des Vegas. Euch viel Spaß beim Wetten. Wenn ihr direkt loslegen wollt, klickt einfach auf den folgenden Link. Wir sehen uns beim nächsten Mal.